T.P.L. Talk Aerodactyl Division Und damit herzlich willkommen zum TPL Talk Season 6 Aerodactyl Division Ja ihr hört es richtig, ich bin Double Player, Team Player alleine Weil, ähm, ja, weil kein anderer wollte es machen Und er hat mir gedacht, komm, hast du viel Zeit in deinem Leben Verbringst sie nicht mit deiner Frau Machst die TPL Talk Und ich habe zu Gast, zu der Kadervorstellung der Aerodactyl Division Die halt auch eine tolle Division ist, äh, besser als die Branawads Division Willkommen, äh, Pyro mit Du Null, wie geht's dir? Äh, fantastisch, ich bin sehr erfreut, dass der TPL Talk Diese Season so hochklassig für meine Division gemacht wird Freut mich, find ich klasse Das stimmt ja, letzte Season hattest du ja auch nichts Hochklassiges bekommen Und danach hat's dich nicht mehr interessiert Samy hat irgendwann aufgegeben und dann war vorbei Mit dem Talk Ihr bringt irgendwie Samy nur noch zum Aufgeben Das ist richtig traurig, was ihr mit diesen armen Menschen macht, ne? Das ist wirklich so Ja, ähm, willkommen im TPL Talk Du bist ja eine fast Legende, schon fast so wie ich Ähm, nicht selbst einleitend Bisschen mehr als du, möchte ich sagen Bisschen mehr als ich, ach, stimmt Stimmt, du freundest ja immer gerne, ne? Deswegen hab ich dich eingeladen, glaube ich Weil Wissen hast du nicht Äh, genauso viel wie ich Ähm, reden wir kurz über euer Logo Weil ich seh das ja gerade Ja Ja, warte, was ist da los? Äh, ist das irgendwie, also Wenn ein Quieke mit einem Keife im Bett liegt Und ein Bonona guckt zu Und ein Mammutteil denkt sich, er liest ein Buch Ist schon ein bisschen weird, oder? Äh, das sind die Mammut-Tails Ja, klar Die liebevollen Eltern lesen den Kindern vor Wo ist Wohlpix? Unter der Decke bei Keife am Zuck Wohlpix hat halt nichts mit der Familie zu tun Wir haben halt, äh, ja Ich dachte immer, ihr seid Patchwork Ich dachte, ihr seid Patchwork Ne, ne Oh Ne, aber wir haben das Logo In der ersten Season sind wir mit einem Kompletten Gammel-Logo rumgelaufen Dann hat der liebe Benji uns ein Logo gemacht Und jetzt so völlig aus heiterem Himmel Nachdem wir uns schon mit dem alten Logo angemeldet haben Hat er mich angeschrieben und gesagt Ja, äh, ich dachte, ich mach euch mal ein neues, geileres Logo Wir haben da drüber gesprochen Ich wusste davon gar nichts Und auf einmal kommt da dieses Meisterwerk hin An dieser Stelle nochmal vielen Dank Ja, vielen Dank, Benji Da freu ich mich, ja, bla Ne, ich fand's gut, dass ihr, äh, euer Logo Weil ihr bleibt ja Mammut-Tails Das find ich gut, ne Ich, Skalani, ändern ja manchmal so den Namen und so weiter und so fort Deswegen neues Logo ist gar nicht mal so bad Ähm, apropos bad Wir gehen einfach zum ersten Team Ähm, ich lese kurz vor, wer da ist Und dann gibst du deinen Senf dazu Äh, Roy und Hardy Ich dachte, der heißt, der Zykes Der Zykes heißt Hardy? Oh Gott Ja, ja, scheinbar Okay, äh, hallo, hallo, Hardy Ähm, ja, okay Ähm, mannafi und Zapdas MS Mega, Sopex, Panferno, also Pilipper, M.A. Allola, Snellmark, Monagoras, Visco, Gon, M.B. Elf und Vostelka, Vesprit, M.C. Und Choreogegeis ist das, glaube ich, ne? Ja, das ist Choreogeis Ja, das ist es Bojo Ich wusste auch gar nicht, dass es Bojo heißt Ähm, ja, M.D. Ähm, das ist ein Wetterteam Ich hab ja kaum mit euren, mit eurer Division mir das angeguckt Ich hab ja auch gar nicht unsere gegnerischen Teams angeguckt Aber ich seh schon wieder Wetter Ja, und du siehst vor allen Dingen das Wetter, was wir haben wollten Geil Wir waren an vorletzter Stelle im Draft dran Die waren an letzter Stelle im Draft Vor uns hat keiner Wetter gepickt Wir dachten, wir fangen mit Felinara an Und holen uns danach dann den Wetterpart Und dann haben die ihren Doppelpick gemacht Und Wetter war weg Und dann war unser komplettes Team am Arsch Dementsprechend ist das auch so ein bisschen wild geworden Über euer Teamspiel reden wir zum Schluss Ja, genau, aber ich mag das Team Ja, das hätte euer sein können Ja Das war sehr traurig Also habt ihr ganz was anderes gepickt, als ihr geplant hattet Das ist richtig, hab ich das richtig verstanden? Das ist komplett richtig Die beiden Schweine haben es uns versaut Wie viel hättet ihr jetzt von dem Kader gepickt? Das A wahrscheinlich komplett Im B zumindest das Viscogon Beim S waren wir uns da gar nicht so ganz sicher Da wollten wir eigentlich das mit Kapuriki noch paaren Der war aber auch sofort am Anfang schon weg Eventuell wär's sogar dann auch auf Zapdos gekommen Also ein bisschen war's So gefühlt das halbe Team Hätte uns auch gut zu Gesicht gestanden Stimmt, weil ihr noch nie Kapuriki hattet, ne? Ihr seid so lachen Das wäre aber diesmal ohne Gressadero gekommen Ja, wow, ey, schon seid ihr sympathischer Total sympathisch Ohne Gressadero Kapuriki picken Weil ihr schon Kapuriki hattet Ei, 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 ei Aber Alola, Reitschu wär natürlich wieder dabei gewesen Ja, natürlich, natürlich, klar Klar, entschuldig Ne Du kleiner Stinker Ähm, ja, äh Wo denkst du Also Tut den beiden Ich kenne ja Desikes aus einer Division Roy habe ich, glaube ich, gar nicht Noch nie als Gegner gehabt Oder zumindest nicht wahrgenommen Ähm Ich auch noch nicht Oh, dann hast du ja bald das erste Mal Das Vergnügen Ähm Ich glaube, gegen Adi haben wir schon gespielt In der Season 4 Mit Antorn zusammen Klar, ich hatte ihn doch im Talk Ja, ja, klar Das war doch dieses Die hatten so ganz komischen langen Namen, glaube ich, ne? Ähm Ja, ich komme jetzt gerade auch nicht mehr drauf Hm Das Logo Die hatten auf jeden Fall Suikun im Team Deswegen weiß ich da, ich hasse drauf Hast du ja letzte Season Bazzi geliebt Ähm Der war ja zum Glück nicht bei mir Stimmt, der war ja in meiner Division Ei, 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 ei Ja, ähm Wo siehst du die Stärken? Also Wetter wird wahrscheinlich die große Stärke sein Ähm Wetter ist die große Stärke Und die haben sich einen Kader gebaut Der darum sehr viel supportet Du hast mit Viscogon natürlich einmal Die Vegetarier-Fähigkeit Ganz allein schon Du hast, ähm Den Prankstar mit Wimsy Scott Ich weiß gerade nicht, wie ich so Elfuhn Ähm Du kannst Tarnsteine legen Ähm Du kannst spinnen Es ist sehr viel Support einfach drin Ich finde, es ist ein sehr starkes Team Hm Ich finde auch gut, dass die Choreoge da ist Sie ist da so ein Mann Erst recht Geist, was man Also ich habe es, glaube ich, noch nirgendwo gesehen Ähm Ja gut Ich glaube, das war Einfach noch die Reste Rampe, die übrig war Ja, ja, aber eine hübsche Reste Rampe Also Also ich Ja Ich teste ihre Pokémon, ne Die man im D picken kann Das ist richtig Das ist richtig Ja Das ist richtig, richtig, richtig Ähm Was meinst du, welches Mann sticht da meistens raus bei denen? Ja, so ein Packs So ein Packs Bin ich mir sehr sicher, ja Oh, sehr sicher Was ist, wenn der total versagt? Kann ich mir nicht vorstellen Hm, okay Also wirklich nicht Das Team ist so gut da drum herum gebaut Hm Hm, hm, hm Wo meinst du Schwäche? Okay Oder um den Satz besser zu sagen Wo meinst du, wo ist die Schwäche? Äh, ein bisschen Eis Aber auch nicht wirklich, ja Hm Schwierig Sehr schwierig Ja, Eis ist ein sehr gutes Team So ein Freestry tut immer weh So ein Freestry, genau Aber sonst, äh, wird's schwierig Hm Wie gefällt dir das Logo? Äh Äh Es ist, es ist Ich will jetzt nicht böse sein Es ist sehr einfach Ja Nee, doch Ich find's ganz gut Ja, äh Meinst du, diese Wolken haben irgendwas zu bedeuten? Weil ich seh da irgendwie ein Muster Ich seh da ein halbes Gesicht oder so Vielleicht ist es ja irgendwie eine Andeutung auf irgendwas anderes Ich Boah, ich glaub, da interpretierst du zu viel rein Ich glaub, das war einfach nur Stockart, Wolken und fertig Hm Also enttäuschen mich Desaix und Roy Hart, meinst du? Äh, was das angeht, ja Ja, okay, gut Dann lass ich die Enttäuschung einfach mal hinter uns Weiter zum zweiten Tüten Die Pittsburgh Steelix Ähm, Demeterus T in S wie Seraora Lamos, Terakium, Tricke, Fadum A Akani, Florgus in Mega Stolos in B Royal, Krabum, Smogmog in C Und Dickdrey ist ein D zum Beispiel Auch das ist hässlicher als ein Choreogel Obwohl es hat drei Köpfe Ähm, nee, es hat drei Köpfe Es ist süß, es ist süß Aber Choreogel ist, glaub ich, eine hübsche Dame Hübscher als Florgus Auf jeden Fall, Choreogel Ähm Ja, Florgus mag ich nicht Hab ich gefressen, seit wir es einmal hatten Und es einfach nichts getan hat Ja, warum isst du auch Pflanzen? Selber ist schuld, ne? Ähm, der gute Orca und der Adalove Ich glaub, der spricht Englisch Und, äh Greetings Was? Greetings Greetings Hier, Greetings von Germany Scheiße Nice to meet you Nice to meet you, ja Und Orca, Kai, versteht auf jeden Fall Mein dummes Gelaber Er muss übersetzen Oder lässt es einfach sein Ähm Zum ersten Mal zum Logo Äh, das hatten sie, glaub ich Letzte Season Und waren die die Season davor schon dabei? Ja, waren sie Weil ich ja Letzte Season gesagt Die haben sich verbessert Genau Ich find's einfach Es ist angelegt an Football Und ich liebe es, ne? Ich find's echt schön Umso öfter ich's seh Umso geiler find ich's Sicher Ich hab mit Football nix am Hut Aber Dann lass ich dir Es ist Ein einfaches Logo Wär schön, wenn der Name Vielleicht noch dran steht Ansonsten Würdest du aber, glaub ich Für mich kaputt machen Du hast damit automatisch Weil du, gut Du kennst Football nicht aus Diese drei Sterne da Das ist so ein bisschen Sinnbild für das Logo Von den Pittsburgh Steelers Achso, okay Ja, okay Dann Okay, dann Ist es nicht verkehrt Auch mit dem Namen Dann dazu, okay Hab ich dich ein bisschen Jetzt mehr in die Welt Des Football reingebracht Aber wir bleiben In der Welt des Pokémons Wir reden über die Über den Kader Hau raus Lando Lando Immer stark Mir damals auch sehr gefallen Aura sind wir Letztes Season Nicht mit klargekommen Aber die kriegen das Bestimmt besser hin Als Meine Wenigkeit Ist ja nicht schwierig Ja, genau Deswegen Ist das War das Mega Egron Ja 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 Stell mal vor Vielleicht ein bisschen Vielleicht Ja, da müsste Ein Steelix rein Ja Ja Ich glaube Wir hatten es Vielleicht schon Oder vielleicht war es weg Ich weiß nicht Ich gucke mir die Anderen Kader Dann an Ja Äh Ja Tricky Farlor Habe ich damals In der ersten Season Mit Bernie zusammen gespielt Hat mir auch sehr gefallen Wir haben überlegt Ob wir es vielleicht Picken jetzt Also ihr pickt gerne Wenn du es hier Schon mal hattet Okay, cool Ja Klar Neu ist Ja Das ist richtig Wir sind langweilig Äh Nö Ähm Ich sag mal Theoretisch ein bisschen Boden Praktisch wird das Eigentlich ganz gut ausgeglichen Ich glaube Drei Schwebemons Drinnen sogar Ja Wenn es Mock Mock Gespielt werden möchte Mit Schwebe Ähm Ähm Also von daher Das geht eigentlich Alles ganz gut Ähm Ähm Spinner Die Folge Tarnsteine legen Ist eigentlich auch okay Lendo defensiv Für offensiv Machbar Lamos Genauso Akani Eigentlich gut ausbalanciert Würde ich es jetzt Mit meiner Äh Sehr geringen Expertise Äh Bezeichnen Speedwerte Ist Gut Du hast halt 140 Mit Seraora Dann kommt halt Diktri Im D Mit 143 143 143 Verzeih mir Dann kommt es halt Eine Lücke zu Terrakium Aber ist Wahrscheinlich Auch okay Insgesamt Ja Also es sieht sehr gut aus Balanciert aus 12 Punkte Ja Ja Liegst du darauf Viel Wert Auf den Speed Äh Gar nicht mal So viel Wichtig ist Dass du was Schnelles hast Und dass du Was langsames hast Damit du nicht Vom Tricked Room Teams Zu sehr Auf den Sack Kriegst Und das ist Hier eigentlich Auch gegeben Von daher Ja Larmus ist halt Immer scheiße Langsam Aber auch Gutes Mon Egal Sehr gutes Mon Ich weiß nicht Ob mir Tricky Falo Diesem Team Gefällt So vom Ich glaube Das ist das Mon Was für mich In den Augen Nicht viel machen wird Glaube ich Meinst du Ich weiß es nicht Irgendwie Irgendwie passt es Für mich nicht Aber ich weiß auch Nicht woran Ich habe auch Ich habe auch Keine Ahnung Von Mons Ich bitte Mach ja nur Den Talk Um zu reden Ja Das ist Die Sache ist Tricky Falo Ich meine gut Larmus greift Ein bisschen Speziell an Florgus Vielleicht auch Aber Tricky Falo Ist halt Mit der Haupt Spezielle Angreifer Oder Allein deswegen Wird er schon Seine Spielzeit sehen Spielzeit sehen Aber ob er Work macht Ist die Frage Ob er Work macht Ich denke schon Na gut Dann vertraue ich dir Einfach mal Ich finde Der Froyal Cool Wir wollten es Ja selber haben Das wurde uns Gesnipet von Gripen und Durran Arschlöcher Und Smogwalk is nice Larmus Arkani Ja das ist schon Wenn du jetzt Immer wieder Seasons Willst du Erstes Set Erstes Season Dabei Ja Richtig Irgendwann Gehen dir auch Die Mons aus Also irgendwann Spielt man Wahrscheinlich Das was man Schon mal Gespielt hat Deswegen Machen wir Immer das Gleiche Er kommt Er nie In dieses Verlangen Was Neues Auszuprobieren Genau Cool Ich glaube Wir gehen einfach Weiter zum dritten Team Wir haben erkannt Das Team ist stark Meinst du Aber die Alola Sind wahrscheinlich Stärker für dich In deinen Augen Erstmal Schwierig Ich kenne Aus der Ja wahrscheinlich Ja Weiß ich nicht mal Schwierig Okay Wir bleiben bei schwierig Wir gehen zum dritten Team Cantina Band Schmog und Stefan Der glaube ich Ritchie heißt Oder nee War es Richard Nee Richard war es Ach Gott Ich merke mir Seinen echten Namen Ach steht doch da Bin ich dumm Egal Kramo und Megadians EMS Gala Laschuking Otom Heat Staraptor Kapilz Mammolida Koajutsu Im B Echnatol Gelatrino Gelatrino Schadrago Im C Und Flunschlik Im D Ja Ja Ich mag das Logo Es hat Diesen Vibe von Schlecht Aber schlecht gemacht Aber auf gut gemacht Irgendwie weiß ich Mir gefällt es Also weißt du Woher das ist Weil ich hab Ich komm nicht drauf Muss man das kennen Nein Nein Das ist Ist glaube ich Nicht so wichtig Aber weißt du es Natürlich Verarsch mich doch jetzt gerade Darf man das nicht sagen Star Wars Ist hier ein Begriff Das ist Star Wars Die Kantina Band Alter ich bin so Raus aus Ich bin also Alter Boah Warum Warum bin ich hier Ja um mich zu beleidigen Jetzt hast du die Chance Boah Wo sieht denn das Nach Star Wars aus Was ist das aus Kennst du die Kantina Band Nicht aus Teil 4 Die da schön Die ganze Zeit Ihr Lied Durchfielen Du meinst wie bei Titanic Nein Weil bei Tina Das ist auch eine Band Die Kantina Band Ja In der Mos Eisley Kantine Die spielen die ganze Zeit Dasselbe Nervige Lied hier Und das die ganze Zeit durch Ach deswegen hat Richard Das gepickt Weil er auch nervt Das ist jetzt deine Interpretation Aber dass du das nicht kennst Enttäuscht mich gerade richtig Ja aber ich bin ja dafür da Die Menschen zu enttäuschen Frag mal Shiny Die hat sich hart getriggert gefühlt Wahrscheinlich Wenn sie überhaupt die Folge geguckt hat Der Newcomer ist Shiny Ähm ja Egal Kann ja mal passieren Ey Warum freundest du mich so Ich finde Ich bin ja richtig Ja ich kann ja nichts dafür Dass du mit der Kantina Band Nichts anfangen kannst Ja ich frag mal nachher Meine Frau Die ist doch mehr In diesen Star Wars Und Star Trek In diesen Star Wars Wenn ich das so Das tut alles nur weh Lassen wir uns über Steam reden Vielleicht tut das ja auch Ein bisschen Den gegnerischen Pokémon weh Ähm ja Was sagst du Zum Team Ähm Marmolida Finde ich kacke Mag ich nicht Ähm Ist ähm Eigentlich Die Fähigkeit Gebannt worden Auf dem Galalashokin Die Wie heißt sie Quickdraw Ability Gibt es die noch Das ist eine gute Frage Ähm Ich glaube nämlich nicht Mit welchem Tier ist der Im A Galalashokin Galalashokin Warte mal Ich gucke mal Eigentlich müsste es ja So eine Anekdote bekommen Oh mein Internetakt Jetzt so Bitte Danke A B C D Ist bei G oder Oder ist der Lasokin Galalash Unter was ist das Sie gehalten Lasokin Weiß es nicht Ich hab gerade Im Regelwerk geguckt Gebannte Fähigkeiten Sind nur Auswegslos Gefühlswippe Und Wegsperre Das heißt Es ist tatsächlich Immer noch mit dieser Fähigkeit erlaubt Das ist Wahnsinn Ja Stimmt Da hab ich mich Da glaube ich Auch mit Skalani Darüber unterhalten Ähm Das Warum Warum Ne So Wieso Ja das frage ich mich Gerade auch Weil ich glaube die Quickclaw Haben sie gebannt Warte Schön Nö auch nicht Ja Dann wissen wir ja wer Diese Season gewinnt Also Ich bin sehr froh dass Andy nicht dabei ist Und das spielt Sonst Stimmt der ist ja auch Nicht dabei Ja Und der hat das ja Damals so abused Ich hab mich schon Im letzten Talk Über Blabla Aufgeregt Er hat wahrscheinlich Was Besseres zu tun In seinem Leben Der will irgendwie Erfolgreich werden Oder so Keine Ahnung Ja Kann ich nicht Vorziehen Ich auch nicht Bleib doch lieber Bei Pocoban Du kannst doch Nichts anderes Mein Freund Ja Nee aber jetzt Reden wir mal Um das Mammolida Das Derby Magst du nicht Das Galalasche King Ist OP Das haben wir gelernt Das S Kommt mir bekannt vor Einmal hatte ich Letzte Season Einmal habe ich Diese Season Was sagst du dazu Kramor Mag ich Mega Dianz Kann ich nicht leiden Weiß ich nicht Ich finde das langweilig Aber ist das Hübsch Ne Weiß ich nicht Ich bin jetzt nicht so Fahre nicht so auf Steine ab Aber wenn du das so siehst Alles gut Da habe ich gestern Gestern so ein Reel gesehen Wo jemand Metal hört Und dann setzt der andere Die Kopfhörer auf Dann hört er einfach nur Metall was aufeinander Klirscht Und der andere hört Herr Drock Wie Steine einfach fallen Deswegen Hat mich das gerade daran erinnert Ja Okay Ja So die Wajutsu Mega Nice Immer gefährlich Immer stark Mag ich Den sieht man aber zur Zeit Nicht so oft bei Pokémon Unite Das ist jetzt Verkrasst Dass der so gar nicht mehr dabei ist Okay Unite spiele ich nicht Keine Ahnung Nimm es doch einfach hin Red weiter Bin ich nicht drin Nein Nein Flunschlick auch immer cool Staraptor sieht man In so Ligen selten Oder Ist gefühlt das erste Mal Dass der irgendwo in der TPL Gepickt wurde Ich bin gespannt Was sie mit dem machen Und vorhaben Ja Die sind ja gut die beide Deswegen glaube ich Wird da ganz schön Definitiv Ne Also die könnten Sind auf jeden Fall Favoriten Würde ich sagen Gut oben dabei Ja Shardrago Auch immer Ätzend Gegen zu spielen Der ist geil Der ist geil Ja wie gesagt Das Wenn man selber hat Geil Wenn nicht Ist nervig Ja Ich glaube so ein Kapitz Darf man nicht unterschätzen Der kann gut Work machen Ja Ich glaube Techniker Und dann Die Prios dazu Ist nicht verkehrt Dann wahrscheinlich Weiß ich Wie viel Speed hat der Lohnt sich das mit dem Trick Room Oder dann nur mit einem 70 70 Ja dann wahrscheinlich Eher mit dem Tailwind Vielleicht von Kramer Gesetuped Oder ähnliches Wie auch immer Ja Ist schon Sehr solide Also wir haben auf jeden Fall Zwei gute Spieler Die wieder ein starkes Team haben Ich glaube auch so Ich finde Richard Spielweise nicht immer so geil Aber man muss sagen Er spielt auch Mons Vielleicht hat es auch mit Schmuck zu tun Die er glaube ich Nicht so oft spielt Mammolida Habe ich glaube ich Bei ihm noch nicht gesehen Ne Du siehst dann halt Tyra Du siehst immer irgendwie Was Ekelhaftes Und das Ekelhaftes Ist glaube ich Diesmal eher Galalashuking Und das ist offensiv Rein theoretisch Ja ne Ich lass mich überraschen Was die machen Lass dich überraschen Was die machen Dann gehen wir einfach Zum nächsten Wir müssen uns überraschen Wir müssen uns überraschen lassen Was die machen Das ist Pana Und Nox Die sind wieder zurück Die haben sich ja Dezent auseinandergelebt Vielleicht Haben sie gedacht Die kommen wieder zusammen Auf jeden Fall Pio Kuken Auch das Logo Ist dasselbe Katapultra Mega Visaflorm S Laschuking Nidoking Panzer Ero Alola Volnona Barricardax Kobalium MB Don Tan Fiaro Voltula MC Und Ohr doch Und D Okay Ja Alola Volnona Warte mal Ich muss gerade Hinterherkommen Was ist der Plan Also einfach nur Wegen Eis Vielleicht Kann nicht sein Speed ist nicht Kobay Für die Wie heißt der Aurora Schleier Eventuell Ja aber Rein theoretisch Also ja klar Aber sonst kriegst du doch Einfach Schaden Jedes andere Und kriegt Schaden Ja aber Gleich Dass der Aurora Schleier wieder aus Ich kann es dir nicht sagen Ich weiß nicht Was ich dabei gedacht Haben Ich weiß nur Was Pana sich Definitiv gedacht hat Season ohne Mega Vino Und Nidoking Geht nicht Weil war glaube ich In Season 4 Genau dasselbe Stimmt ne Ja Ah ja Es ist immer wieder Schwierig Und diesmal haben wir Leider kein Mega Blast Toys Um das Ding Weg zu flinschen Aber das wird sehr Schwierig Ja ach Mega Ja eh war das ja Hast du doch auch Gute Erinnerungen dran Lass mich in Ruhe Mann Ja wir sind wieder Laschet King Nachdem Larmus Gegangen ist Oder eins von anderen Eher gepickt wurde Ich weiß nicht wie die Reihenfolge da war Ist ein gutes Monomar Mega Bisa Flora Die ergänzen sich Ganz gut Ja Ja Katapultrad Das ist Panzerion Das S und A Sieht nicht gut aus Das ist brutal gut Warum lassen Das andere Teams zu Ist die Frage Ich meine die haben uns Ja auch noch Im C Sowohl Don Phan Als auf Fiaro Wir dachten uns Die picken wir als nächstes Und dann haben die einfach Im Doppelpick Uns die beiden weggenommen Ach euer Team ist doch eh Für den Arsch Hast du doch schon Vorher gehört Ja deswegen Und das wird halt Immer schlimmer Dann denkst du hinten raus Kriegst du vielleicht Noch irgendwas ab Und dann kommen die beiden Und nehmen auch das noch Ja aber wenn du Don Phan Schon picken willst Das wollte der Skalani auch Ich habe zum Glück hinbekommen Dass wir Kalve bekommen haben Oder zumindest Kalve Erste war bei uns Wenn du Don Phan Freiwillig picken willst Bist du doch selber schuld Ist Kalve nicht im B Und Don Phan im C Ja kann sein Aber es geht darum Wegen Bodentyp Ja aber Nef Wir brauchen halt Wir brauchen da irgendwas Ein Spinner Der halt eine Elektroattacken abhält Habe ich wahrscheinlich Ja genau Spinner wäre gut gewesen Ja Dazu haben sie noch Mit Ordach Und Wischer Der gut mitkommen kann Belebekraft da Panzer Aeron Ruheort Synthese Mieser 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 Flor Voltula Klebenetze True 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 Ja Das musst du auch erstmal legen können Bei manchen Denkst du Ja das legst du voll Aber dann hast du Mindest eine Ein Defogger Oder einen Spinner dabei Und dann hast du es schon weg Und Wotula ist einfach Weck Also das ist so glaube ich The Mon Was du gerne spielst Wegen dem Klebenetz Aber Sehr anfällig ist Auf Schaden bedingten Deswegen Ja Ne ist schon richtig Aber die haben Auf jeden Fall Die können die Hazards rauslegen Haben mit Don Fan auf was Womit sie dann nicht Unbedingt immer den Defog Auf Panzer Aeron Spielen müssen Um vielleicht Die gegnerischen Hazards Zu lassen Gefällt mir auch nicht Zu sagen Aber Pana hat auch wieder Ein starkes Team Mit dem Nox Zusammengepackt Ja die können es ja auch Ich habe mich geirgert Warum die auseinandergegangen sind Also Ja Hat Pana dann wahrscheinlich Auch gemerkt Dass er lieber wieder Zurück zu Nox geht Ja aber er hat ja Mehr gerissen Er war bei uns Zweiter Und Nox ist halt glaube ich Wer rein theoretisch Abgestiegen glaube ich War sowieso Also Nox hat nicht So viel gerissen Ja letztes Season War es Nox glaube ich Auch in unserer Division Vorletzter Letzter geworden Ja gut darüber kann ich Nicht reden Ich weiß gar nicht mehr Was letzte Season War nicht so beruflich Ja aber Aber dieses Season Sehr gefährlich Das Team Sehr gefährlich Okay Okay Es ist einfach Nido King Visa Floor Katapulta Was von dem Man am besten raussticht Oder siehst du da Einfach so ein So ein Heißort Barrikadax Was auch Gut Work machen könnte Ich glaube das ist eher so Als Gimmick mal dabei Aber wahrscheinlich Katapulta ist ja glaube ich Immer noch der Topkiller Der TPL Ich glaube der Wird da den Platz Auch nicht so schnell abgeben Na doch wenn Duren Gryphon Ich Skalani Und irgendjemand anders Den immer wieder pickt Dann macht der halt Kein Schaden Aber guck doch mal Trotz der Tatsache Dass Gryphon und Duren Den zwischendrin hatten Ist der immer noch Topkiller Also Ich bin mir ewig schon Nicht mehr die Liste an Ich guck weiter mal Da bin ich jetzt Kurz mal kurz dabei Ich liebe ja Ich liebe ja Zato Hattos Ewige Tabelle Wenn ich ehrlich bin Ja Es ist so ein Meisterwerk Und er hat mir sogar verraten Dass sie wahrscheinlich Mit der immer aktualisiert wird Wahrscheinlich Er will so sorgen Dass man die ganzen zusammentut Weißt du Also wenn er jetzt zum Beispiel Katapult an Kill gibt Ist es dann einfach an den End Boah Das ist ja Next Level Crazy Ja gut Ja aber wenn du überlegst Melotic Wer den da hingebracht hat Hallöchen Skalani und Mashi der Name Auf Platz 2 Nebuna Ja der hat letzte Hat Duren glaube ich Letzte Season gehabt Nebuna oder so Ja Auch da kam ein bisschen was Ähm Hm Ja oh Sonst ist es eine große Lücke Im Endeffekt Muss man schon sagen Lieberlo wurde Jetzt wurde Lieberlo Gar nicht gepickt Lieberlo ist irgendwie Immer so ein Mon Was Sich gefühlt nur TJ holt Und dann immer erst Wenn es irgendwo In Richtung Playoffs geht Sonst will den irgendwie Keiner haben Ich hab Bernie auch Versucht zu überzeugen Aber der wollte nicht Krass Er hat jetzt sogar Reingetan Wann das erste Mal aufgetaucht ist Panferno wurde erst In Season 3 Das erste Mal gepickt Was seid ihr denn Irgendwann für schlechte Menschen Krass Ähm Ja Ja Kann ich mich nur anschließen Gut wir reden noch kurz über Deos und Team Ne wir haben fertig geredet Wir gehen glaube ich einfach gleich weiter Weil Ähm Ja Hello North Hier Greetings von Germany Und Samy spielen zusammen Giga Giga Shad Giga Lith Giga Lith Wie ihr das möchtet Sporius T Knackrack MS Agostella Mega Iodactyl Primarene M A Blitzer Fuego Hightower M B Oh Samy 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 Bronzong Maruda Quartamark Oh den hattest du glaube ich auch schon mal Ein C Und D Sengo Ist auch Ein gutes Mon Ja Also ich seh da ein bisschen Ekel Aber sehr 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 viel geilen Scheiß Ja Aber Ich frag mich Was der Kader so gegen Weiß ich nicht Stami zum Beispiel macht Töten vorher Dass er nichts macht Ja Äh Wie gesagt ich freu mich da auf den Spieltag gegen Samy Ja gut aber du hast doch Weiß ich nicht Achso habt ihr Stami Also kannst du das Darfst du sagen Habt ihr den Ja Okay Blitzer ist noch da Ja Ja aber ich glaub Blitzer alleine Den Das reicht Schwierig Ich weiß nicht So insgesamt so von Eis Elektro Donner Wenn du das irgendwie zusammenpackst Hast du Den ganzen Kader bis auf Blitzer gefühlt Mehr oder weniger raus Aber ich möchte dir jetzt Möchte dir jetzt nicht so nahe treten Aber ich glaub ich krieg trotzdem auf den Arsch Ja natürlich Wir sind ja wir Das stimmt ja Samy hat außerdem noch ne Rechnung offen Aus der letzten Season Was war da gewesen Was war da gewesen Erzähl es So ein Cresselia hat sich gesetuppt und gesweept Ich weiß nicht Ja Ne Deswegen hat er wahrscheinlich keinen Bock mehr auf TPL Talker Genau Wegen Cresselia und euch Sehr sicher Heißorb Cresselia damit es nicht getoxt werden kann War gut War gut Vergangenheit Wie weit seid ihr letzte Season gekommen? Hm Was? Wie Genau Also das S ist stark Das S ist stark Jetzt genau Also so ganz generell gesehen Viel Mons die böllern können Toxapex Ekliges Mon Haben wir selber Blissey eklig Bruder Jedes Team Auch einen Anker Schön Danke haben wir auch Ja wunderbar Ja Ähm Ja Ich bin mal gespannt Wie viel Work Blitzer Jetzt tatsächlich macht Wenn die HPs erlaubt sind Ich weiß immer noch nicht Ob der wirklich so gut ist Dass man ihn jetzt hätte ins B packen müssen Hm War der vorher im C? Ja Hm Ja gut aber Ich finde halt Veränderungen gar nicht mal so schlecht Ich habe ja auch gelernt Dass Schlingking im D zur Zeit ist Weil das kaum gepickt wird Hätte ich auch nicht gedacht Hätte den auch im C gesehen Weil so ein bisschen Veränderung Bringt auch andere Mons wieder da rein Weil wenn der vielleicht im C geblieben wäre Hättest du den gepickt? Nein Hätten wir eine Season ohne Blitzer gehabt Wahrscheinlich ist es gut Wahrscheinlich auch Aber Ähm Also im C würde ich ihn mit HP deutlich eher picken Als im B Weiß ich nicht Also Vielleicht haben sie sich gedacht Die Elektro-Typ waren vielleicht schon alle weg Zero Wurde das schon gepickt haben wir gesehen Ich sehe im nächsten Team schon einen anderen Noch ein anderes Elektromon Also Vielleicht war da Vielleicht hatten sie einfach Bock Oder Die können halt auch so einen schlechten Mon Klammer auf Äh Ansichtssache Klammer zu Wieder was Gutes rausholen Ich will ja nicht sagen Dass er schlecht ist Ich weiß aber nicht vielleicht ein bisschen teuer Trotzdem im B ist Werden wir sehen Also das ist ja das Gute an einer Liga Das ist das Gute an einer Division Liga Sonst war es Dass man sieht wie gut die performen Ähm Ja mit Haterra hast du schon gesagt Ist ekelhaft Aber ich glaube das passt auch Ähm Samy hat ja auch schon Naira schon gehabt Ähm Sich da ein bisschen gegen zu wirken Aber dafür hat er glaube ich Mit ähm Dem C und D Also zumindest ähm Quartamark Ja Gute Offensive Das ist cool Ja definitiv C, D Gefällt mir sehr gut Ne Mega Aero im A Auch stark offensiv Kann der Kader auf jeden Fall was Und wenn du überlegst Sogar das Mega Aero Ich glaube ich in der Das weißt du ja nicht Weil du dich nicht mehr Definitiviert hast In den Playoffs Letzte Season Hat der Durch fast die meisten Kills gemacht Ne Obwohl ähm Das Team von den beiden Wo ich mich nicht mehr dran erinnere Ich glaube Levinjo und Ritschi Haben glaube ich Letzte Season zusammengeteamt Den hatten Äh Die sind früher rausgeflogen Und hat trotzdem fast die meisten Kills gemacht Mega Aero Also das war schon Ja Das ist gefährlich Der Ballad Auf jeden Fall Der Ballad Der Ballad Der Ballad Coolio Ähm Ja Ich glaube ich sehe da viel Potenzial Zumal du hast mit Sami glaube ich Für mich auch fast einen der besten Spieler In dieser In dieser In dieser Liga Deswegen Ähm Und mit Norwein Der auch nicht gerade schlecht ist Von daher Der auch Ahnung hat Der mich zwar nicht versteht Weil er nur Englisch spricht Aber Ich glaube es ist gar nicht mal so schlimm Mich nicht immer zu verstehen Von daher Das ist ein großer Vorteil Warum bist du jetzt schon wieder so Kommt mal jetzt Wir gehen einfach weiter Weil ich lasse das einfach Einfach mal so Gratisch stehen Im Raum Ähm ja wir haben hier mit Spirituska Ich glaube da Ich mag das Logo Ne Ich mag es Wir haben gar nicht über das andere Logo Aber das mochten wir auch Ähm Ich mag das Logo Aber da können noch so ein bisschen Pep rein Nochmal ein bisschen aktualisieren Wie bei euch Ne Das fühle ich Wäre cool Irgendwie das vielleicht Kaktusmax Du hörst mich ja sowieso Du bist deine Eine Fangirl Der ersten Stunde Seitdem du mich kennst Und ähm Maki ist da Sein Teampartner Ich glaube da kannst du mal Ein bisschen was Neues bringen Wäre cool Ähm Ich mag euer Team Was ist da los Cool Ist auch schön Ist auch schön Dass bei uns Melotik gepickt wurde Nicht so wie bei euch Ja krass ne Das habe ich mir auch Als ich das gestern gehört habe Dachte ich das kann doch nicht sein Es kann doch nicht sein Ja also wie gesagt bei uns Wir versuchen ja immer neue Mon zu picken Die wir noch nicht hatten Und äh Deswegen Melotik hat ja bei uns Hart gerockt Wir wollen ja nicht Dass der erste Platz Bei der Killrangliste wird Ne Das kann ja nicht sein Dafür sind die beiden Dudes zuständig Diese Season Ähm Was hältst du von dem Team Ähm Ja Registil ist nervig Ähm Schlurplek ist cool Mhm Raiku Kann wahrscheinlich auch Ein bisschen was machen In dem Kader Ja Kyurem Ist Immer stark Ich habe kleines Kyurem Trauma Seit der letzten Season Furchtbar Ja aber Mega Schlappu Ist halt irgendwie Weiß ich nicht Das langweiligste Mega Esst hier Mega Mon Was du dir picken kannst Ich meine der macht immer Sein Work Kommt immer mit Aber ist trotzdem Irgendwie einfach langweilig Einfach Bollenhelm Irgendwo raufklatschen Und dann hat er seinen Spaß Mhm Ist ja im Endeffekt Genau das Ding Mit Znibuna Packst dir irgendwo Bollenhelm rauf Wenn du einen guten Check dagegen hast Und dann hat der einfach Der hast du den halt Schon fast rausgenommen Ja Wie gesagt Ja bin ich kein Fan Von dem Mon Aber Ich hoffe ja Das Rede Rede du Ja ich mach Ich hoffe dass Coplosio viel Work macht Ich bin ja so ein kleiner Coplosio Fanboy Ja Der hat Wie viel Special Attack 180 Das weiß ich nicht Ich kann dir sagen Auf jeden Fall Auf jeden Fall Ja Das haut rein Je nachdem Man die ja mit Maritilite Vielleicht mal Klebenetz Wenn es sich irgendwie anbietet Dann kann Coplosio Vielleicht Specs Und Team Auseinanderreißen Du kannst ja auch Also die Möglichkeiten Sehe ich Du kannst ihn auch hinter einen Sub setzen Und Call Might Oder so haben Das ist ja auch möglich Ja Nö Doch Sehr solides Team Solides Team Ja Glaubst du die beiden Reißen viel Weil Cactus Max War ja für mich Letzte Season Die haben ja gut Gut performt Sind ja auch wieder Knapp nicht weitergekommen Bei Cactus Max Der verbessert sich So stetig Ich glaube Season 4 War das erste Mal dabei Da lief es mit Deko glaube ich Relativ übel Zu Beginn Ja Ne Die haben dann Hinten raus Wenigstens noch Irgend ein Zwei Wins geholt Wo ich immer noch Großen Respekt vor habe Dass sie das so Durchgezogen haben Ja Oder eher genau Dann letztes Season Schon besser Und dieses Season Ich sag mal Er kann sich immer noch Verbessern Warum nicht Top 4 reicht ja Im Endeffekt aus Das darf man nicht vergessen Ja Ja Möglich ist es auf jeden Fall Da hast du recht Ähm Gibt es nicht mehr viel Glaube ich zu diesem Team Zusammen Wie kommt so ein Team Also Such mal so unter uns Also das Logo hat mich Dezent zerstört Oh Ich weiß was jetzt kommt Ja Äh Kiki Ja Ähm BTF Da kann man sagen Wo steht der Name im Logo Aber ich gucke es an Und denke mir so Das ist Für mich irgendwie S S Äh So Gedanken Weißt du Ich sehe es und denke mir so Okay Es ist da Aber ich mag es Weil es so creepy ist Ich weiß nicht Ich überlege gerade Ob ich mir vielleicht Den Bildschirm abdecke Achso Ja Dann mach das doch einfach Du brauchst ja nur Jetzt kannst ja deine Hand Deine linke Hand bitte Die ganze Zeit vor dir halten Die linke bitte Nicht die rechte Nur die linke Megadespotar Hatten wir auch nicht so Auf dem Schirm Also ich finde halt die Grundidee Dass du halt jede Diss spielen kannst Ist immer schwierig Weil Du weißt halt nicht Wirklich vorher Was es sein könnte Das macht ein bisschen Eine Sache nicht unfair Aber halt Du kannst dich halt nicht Richtig darauf vorbereiten Auf dem Mon Wenn du nicht weißt Was ist genau wie mit Mew Mew ist ja zum Glück gebannt Und du weißt halt nie Was es für Attacken hat Dabei Amigen Du weißt zwar die Attacken Aber du weißt nie den Typen Du kannst halt so viel abdecken Wenn du es möchtest Deswegen finde ich es immer So ein bisschen schwierig Das mit jeder Disc zu spielen Dass man sich nicht Vor allen Dingen Die müssen es ja glaube ich Auch nicht mal mit einer Disc spielen Sondern können es auch einfach So mit einem Item spielen Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe Klar ein normales Ja klar Geht auch Also es ist schwierig Würde ich sagen Ich hätte es besser gefunden Wenn wir es so gelassen hätten Wie vorher Oder halt einfach auf Sagen wir mal zwei Disc Dass du entweder oder Wasser oder Pflanze hast Und dann halt Kann sich der Gegner Da vielleicht ein bisschen Besser vorbereiten So hätte ich das Vielleicht ein bisschen Cooler gefunden Aber ja gut Ich habe hier nicht das Sagen Der TPL Leider Die einiges anders laufen Meine Freunde Ja Auf jeden Fall Zu dem Team generell Ich weiß nicht Wahrscheinlich haben sie Regilecki relativ weit Hinten rausgepickt Als ihnen aufgefallen ist Dass ihr schnellstes Mon Demeteros war Mit 101 Und dachten sich Oh jetzt vielleicht noch Ein bisschen Speed Für die Statistik Also es ist extrem Langsames Team Aber das Ist halt die Frage Wie gut die es dann Gehandelt kriegen Die haben hier mega Zum Schluss gepixi Ich gerade Eigentlich warst du beim Draft dabei Und euer Draft ging doch Innerhalb eines Tages rum Warum weißt du das nicht Wann die das gepickt haben Das ist bei uns alles So schnell vergangen Weiß ich nicht mehr Nee Dann haben sie Dann haben sie Demeteros Wilde Menschen Ich guck mal gerade hier Sorry meine Freunde Ach geil A Flampivion Hab ich den überhaupt aufgezählt? Ja Echt hab ich? Ich glaube schon Krasse Ich hab den gerade erst Gerade erst wahrgenommen Ähm Wann haben die den PGA Die haben den spät gepickt Auf jeden Fall Kriege eh Licky Nach Tentantel Save Aluna Knogger Äh Runde 8 Von 12 Also so Halbmittig Ja Ist ok Ist ok Ja Ja Ich Bin gespannt Was wir damit machen Wenn ich meine So Defensiv Tentantel Duraludon Ist halt auch wieder Gut Stahldopplung Wobei gut Duraludon ist eher offensiv Äh Stonjura Boah Halte ich nicht so viel von Aber es hat auch nur D Tier Pick Hm Ja du vergisst nicht Den Sandstorm Ja Aber die dürfen Das Demeteros ist ja Warte dürfen Hat das die Fähigkeit? Würde ich jetzt Nee ich glaube nicht Aber ich meine halt Die Leute Humanity Wird glaube ich Im Dingens Auf jeden Fall Noch gefährdiger Als Rune Da hat das Ja Ja ok Ja stimmt Und Rotom Wash Sein Hurricane Trifft dann immer Rotom Wash Hurricane Ja genau Der trifft immer Hä Seit wann hat der Hurricane Oh Alter Verstehst du keine Egonie Meine Meine Fresse ey Ja seit dem Deinen Cantina Band Vorfall Bin ich mir Nicht mehr sicher Ja Das ist nicht Eigentlich Ähm ja 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 also Team Wäre jetzt nichts Was ich so direkt Spielen würde Wäre mir wahrscheinlich Ein Ticken zu langsam Und irgendwie sieht es So farbmäßig Sehr dunkel aus Wenn da nicht die beiden Orangenen Boys Zwischen wären Ja aber es passt doch zum Logo Das ist einfach deprimierend Ja Pixi denken sich so Hallo Und alle haben so Du Alter Halt die Fresse Ja so wirkt das Team Schon irgendwie ne Ja Ok doki Mit Frabels haben wir Einen Neuling Ich kenne den persönlich Aus der PPL Vom Bacidi Liga Ähm Noah Ich hatte einmal das Vergnügen In Season Müsste Season 3 gewesen sein Ja da haben wir nämlich Auch gegen ihn gespielt Ja da hat er mit Deko Zusammen geteamt Das war Sehr hexlastig Deswegen sind die So weit gekommen Genau Mit Frabels erwarte ich Auf jeden Fall Ist für mich so Im Kopf Also nicht dass er gut ist Aber für mich Hat die Ersetzung Für Bazzi und Rogi Weil das ist so ein PPL Dude Und ähm Weißt du was ich meine So einfach Er ist jetzt da Für die anderen beiden Und der muss zeigen Was er kann So halt im Kopf Hab ich das einfach so Okay Ja gut Keine Ahnung von der PPL Ich stimme dir einfach zu Passt schon Ja Rogi und Bazzi Haben sich ja Bekenntlich gemacht Dass sie ja was drauf hatten Und ich finde halt Also Noah Und Frabels Haben sich bestimmt Über diese Partner Tauschbörse gefunden Hier auf dem TPL Talk bestimmt Und es würde keiner Freiwillig mit Noah Team Das würde mir zu denken geben Lieber Noah Denk einfach mal drüber nach Dass keiner mit dir Teamen möchte Wir gehen weiter Patrick und Pokagantis Ja eigentlich sollte Der in einem anderen Namen Stehen Aber der wurde ausgetauscht Oder wollte gehen Ich weiß es gar nicht Triumph Victinis Haben ein Team Kapuriki Necrosma MS Nidoqueen Rastadero Suicune Mega Gewaldro Nachtara Volvork Zwielicht MB Miltang Pantidunara Silvaro MC Ich hab mich richtig ausgesprochen Und Monte Cabo MD Das sieht nach einem Starken Team aus Persönlich Ja Ja Aber wie kann man Umbreon und Suicune In einem Team zusammenpacken Mag ich nicht Will ich nicht Gegenspielen Deswegen Es ist nervig Miltang Lerndau Dazu Patina Raja Dazu Boah Ich finde der Ein S Hartstark Das S Hartstark Chris Ladeo Natürlich dazu Der immer was machen kann Mega Gewaldro Ist schon Wenn die es richtig Anstellen Kann es übel werden Aber es ist halt die Frage Ob die es richtig Hinkriegen Ob sie es drauf haben Meinst du Ob sie gute Spiele haben Ja Weil ich weiß nicht Pokagantis Weiß ich ja noch gar nicht Patrick Hat ja glaube ich noch nicht So viel gerissen Muss man abwarten Ja aber ich glaube Er hat eine Season Mit Dürren geteamt Also was willst du da erwarten Ah ja okay Also Das ist mein Beileid Er ist selber schuld Dann setz dich mal Eine Season aus Bevor du mit Dürren Oder Gribben teams Also selber Also wirklich jetzt mal Ohne uns Offensiv Sieht sehr stark aus Defensiv Sind auch ein paar Sachen Mit dabei Wenn sie es richtig einsetzen Kann da Kann man da einiges erwarten Es hat wie gesagt Wirklich die Frage Können sie es abrufen Ich finde ja auch Queen ist auch so ein Ding Was man offensiv spielen kann Es muss nicht immer Defensiv kommen Ich finde das ja so cool Die Queen Ich mag die sehr Ja ich mag sie sehr Ja Ich mag sie sehr Ich glaube So Monte Cabo Kam mit Weil Es hat noch Feuergefühl Fehlt wahrscheinlich Der wurde bestimmt In der letzten Runde gepickt Ja Kann der spinnen? Ja der kann spinnen Okay Das ist ein Kohlewagen Natürlich kann der spinnen Guter Punkt Ja dann ist er wahrscheinlich Dafür nochmal Mit reingekommen Mega haben sie Im letzten Turn gepickt Okay Krasse Menschen Ja okay Ja Ja du hast Defensive Harte hast du dabei Du hast gute Offensive Ja wie gesagt Für mich ist es so ein Kader Wie du selber gesagt hast Wenn die es gut einstellen Können die vier damit bringen Ähm Ja Rassadeus Hat immer schon gefährlich Du musst halt immer gut pappen Ich finde auch gut Dass sie Gewaltdruck gepickt haben Mega Du hättest natürlich auch Kiki Kik Gott Ich habe Mein Kikili Kiki hat mich Durcheinander gebracht Zerstört glaube ich Ein Kikli Hättest du natürlich auch Mit der Fähigkeit spielen können Ja Ist ganz gut dabei Was ist der Ein Kampf Ah ja Rassadeus Ja gut Dann brauchst du den nicht Da gibt es schon Sinn Ja Ja nö Also Ist ein Schönes Team Das Logo ist auch Fein Da kann man sich nicht beschweren Da haben wir deutlich schlechteres Oder grauenhaftes Gruseliges In dieser Season Auf jeden Fall schon Gesehen Ähm Definitiv Bitte Definitiv Ja definitiv Gehen wir jetzt zum nächsten Team Eigentlich werdet ihr dran Aber ich will mit euch Zum Schluss reden Oder zumindest über dich Wir reden über Maori und Vipo Vipo Dawson Kapukime Latias Skorgo Amphira 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 Geht von ihm los Such dir einen neuen Partner Muss ich ja jetzt so fragen Ich hab keine Ahnung Hast du die erst mal verstanden Schick mir das mal bitte Schick mir das mal bitte Nicht jetzt aber nachher Dann Ja genau Und das wurde so oft drauf verlinkt Ich glaub das Mit gefühlt das Neben dem Rickrollen Das meist gemimte Lied Im Internet Und du kennst es einfach nicht Und darauf das Team angelegt Als der Root Sandstorm Finde ich Sehr Sehr klasse Muss ich sagen Gefällt mir Ich kenn Gangnam Style Den Song Oh 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 Lass über die Pormons reden Bitte danke Ja So weiß ja nicht Wer zu schätzen Furchtbar Ähm doch Ich find's optisch nice Optisch Du hast mir jetzt wenigstens Den Sandstorm erklärt Weil ich hab da irgendwie Keine Verbindung gesehen Mit dem Mit dem Mit dem Bassdingern da Weiß ich Ich mein So Weil ich seh kein Sand Und die haben auch kein Sand gepickt Deswegen war es für mich So ein bisschen ja okay Aber ich mag das so Und wenn du jetzt mir noch Da irgendwie was Schick mir den Link Dann verstehe ich es auch Ja ich stehe ich Genau Die Pokémon Über die wir jetzt reden Weil das ist das vorletzte Team Danach kommt ihr Ja Ähm Ja Mhm Ja Krass Also so siehst du das ja Ja ich kämpfe mit Bernie Immer da drum Ich will immer mal Mammute haben Und er sagt Jedes verdammte Mal Nein Ich hasse ihn dafür Ähm Zumal wir Wulpix Direkt in der ersten Season hatten Sein Signature Seine Hälfte vom Logo Haben wir gekriegt Und meine kriege ich einfach nie Hä Wir reden wir bitte jetzt Über Sarude Sandstorm Oder wo bist du Ja genau Ich find's schön Dass die Sarude gepickt haben Achso ich hab Sarude nicht verstanden Du warst abgehackt gerade Ah ok Ich find's klasse Dass die Sarude mit reingepickt haben Als Signature Und hab mich dann über Bernie beschwert Dass ich nie Mammute kriege Ja dann trenne ich doch von Bernie Hast du die Chance Ja Eventuell Nein das wird niemals passieren Tatsächlich Direkt hier Ähm Ne So jetzt komm Red mal Äh ja Sarude Cool Ähm Mega Garados Hab ich Gar keine Ahnung von was Der kann und nicht kann Der macht Schaden Weiß ich Ja er macht Schaden Ich weiß nicht mal welche Fähigkeit er hat Ist egal Ja doch hier Knischer und so Macht mehr Schaden glaube ich Und pass auf Der hat Pflanzenattacken Der kann diese Pflanzenattacke Oh ok Blattgeiser war's glaube ich Stark Damit rechnest du nicht Stark Böse Böses Mann Gut das ich jetzt gehört habe Frag mal Pana und Nox Die sind böse Ähm Ja dann Porygon Z Ja Weiß ich nicht Unterschätze nicht Unterschätze nicht Komisches Mann Der ist gut Ähm Skorgro Immer nervig Immer stark Aber Ansonsten Die haben halt Einmal Spinner Einmal Defog Aber Womit legen die Hazards Regirock Und sonst Vielleicht mal mit Skorgro Wobei die dann da auch Defog drauf spielen müssen Hm Adam Vierer Toxic Spikes Ne Ne nicht Also So Hazard Game Ist glaube ich so ein bisschen Underwhelming Oder vertue ich mich da jetzt Gerade Ne sich Sicher Die haben zwar mit Capoeira Donarien Sowas Ein bisschen Defoggen kann Obwohl du Wenn du Donarien mit hast Kannst du Der kann glaube ich Defog Der Käfer Weiß gar nicht Kann Kann sein Aber willst du das unbedingt Auf dem Spielen Naja wenn du Skorgro Dann musst du ihn Musst du ihn ja grundsätzlich Mit Boots spielen Damit er überhaupt Vernünftig reinkommt Ja Ja weiß ich nicht Ja weiß ich nicht Halte ich nicht so viel von Es ist so Das Team Hat was Aber du sagst selber Da fehlt was Und Ja da fehlt mir irgendwie was Es sind ein paar coole Mons Bei Ja Latias Ist cool Skorrosa Root Aber so Im Großen und Ganzen Weiß ich nicht Irgendwie Mir wird da was fehlen Stell dir mal vor Mutti Neva Wäre einfach bei Bei Alola Von Nona Das wäre richtig geil Das würde mir gefallen Ja Ja ihr nächste Season Oh Nee Ich glaube wir picken Nicht nochmal Wetter Guti Geht es weiter zum letzten Team Weil wir müssen jetzt Ein bisschen hinne machen Weil du redest mir Eindeutig zu viel Und wir reden vieles Über unwichtiges Zeug Von Bands und Logos Und Ja Katagami Ja Katagami Katagami im S Sigarden S auch dasselbe Fedinara Mega Votenzo Stami im A Aranestro Metagros Vishu im B Pion Draghi Polar Ross Bar Shaquille Im See Und Wolbrook Nacht Ja okay Also eure D-Pick ist ja wieder Sowas von langweilig Den hattet ihr schon mal Ja ich glaube Dreimal mindestens Einmal war unser Topkiller Der muss halt mit Ja ich glaube Sei mir nicht böse Aber ihr werdet mich Hart enttäuschen Diese Season Das gehe ich von aus Ja Weil ich bin Final auch nicht so zufrieden Ich fand witzig Wie du erst gesagt hast Ja was macht das Team Gegen Stami Ja aber Stami Wird vielleicht Da was machen Aber Ja aber sonst Wie gesagt Deswegen musste ich es ja betonen Dieses eine halbwegs 5-4 Matchup Was wir haben Okay Ja Es ist Ja wie gesagt Wir wollten eigentlich Regen Haben dann mit Felineara angefangen Dann ist plötzlich Der Regen weg Dann haben wir glaube ich Als nächstes Metagros gepickt Weil wir Metagros Mit dem Regen Dazu haben wollten Und dachten Ja gut Dann haben wir halt Fee und Stahl So abgedeckt Ja dann Katagami Dazu Noch mein Stahl Warum nicht Ja ich meine Die erfüllen ein bisschen Andere Räume Metagros vielleicht Nochmal defensiver Ja Ja Ist halt Bescheiden gelaufen Aber wenn man Wasser Picken möchte Warum pickt man nicht Gleich einen Wassermann Ja Wie gesagt Wir haben halt gedacht Es wird schon keiner Wetter picken Und wir dachten Wir nehmen dann erstmal Den Support drumherum Und nehmen uns an Das Wetter Und dann war Das Wetter weg Ja gut Aber ihr hättet doch Noch irgendwie ausweichen Können Also wenn ihr Felineara Metagros Und Katagami Zuerst pickt Da ist doch noch Mehr drin gewesen Also Da kann man auch Hagel picken Zum Beispiel Bei Megameta Ja wir wollten ja Regen spielen Und nicht irgendwas anderes Hagel ist ja doof Sandsturm Haben wir letzte Season Mit Megadespotal gehabt War auch kacke Beziehungsweise Also wir hatten halt Nur Megadespotal Und nichts was Wirklich davon profitiert hat Ja Ach gut Ihr hattet den Letzten Season Das habe ich ja nicht mitbekommen Weil ihr ja genauso Scheiße wart wie wir Genau Okay Gut dann gibt es Denn das hier Zumindest Sand nicht gepickt Ja 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 Ne Ach an Letzten Trow wollten wir Immer mal haben Klebenetze Und eigentlich Ein ganz cooles Mon Ist ja wirklich witzig Dass ihr drei Klebenetz User habt In eurer Division Und bei uns ist Keiner dabei Witzig Ja Ist ja witzig Hm Ne Und dann Uns fehlt es halt Wir haben Stami Und Ja gut Das A kann vielleicht Ein bisschen speziell breaken Ansonsten haben wir halt Fehlt uns jetzt spezielle Angriffs Saigard kann sich halt Setupen Aber auch Ich sag mal Die Gegner können sich Ein Stück weit Darauf vorbereiten Du musst spielen können Dazu Ja Ja da bin ich mal gespannt Ob wir dazu hinkriegen Oder nicht Bernie sagte Ja komm Dann lass uns halt Den noch picken Dann sag ich Ja gut Warum nicht Ich erwarte mir viel Von Stami Ja Aber so insgesamt Könnte besser laufen können Wie gesagt Unser Draftplan War direkt am Anfang Hinfällig Und dann haben wir so Aus Glück Laune heraus Mons gepickt Also rein theoretisch Könnte Zumindest Euer Team Davon Nicht profitiert haben Dass ihr den Draft Innerhalb eines Tages Erledigt habt Weil ihr vielleicht Die längere Zeit Gab zum Überlegen Oder euch die Zeit Genommen Ja wir haben halt geguckt Versuch gemacht Aber dann war irgendwie Felinara hat dann auch Nicht mehr so richtig Reingepasst Hätten wir das gewusst Hätten wir Felinara Nicht gepickt Und das war dann so Alles scheiße gelaufen Ne Wenn es ein Live Draft Gewesen wäre Wäre ja komplett Katastrophe gewesen Dann Boah Ich bin aber pro Live Draft Jedes Season bitte Dankeschön Ja Ich nicht Doch doch Es ist sehr einfach Der Flair Wenn man miteinander redet Das ist viel cooler Man kann noch mehr Bashen Und so weiter Und so fort Und es kann sich Mindestens einer Ein Team Mal Zeit nehmen Dafür An einem Samstag Oder Freitag Oder Sonntag Für vier Stunden Einfach mal am PC Sitzen Macht die doch eh alle Also habt euch nicht so Geht jetzt weiter Wir reden über den ersten Spieltag Weil du bist ja Eins der Teams Was Mitspielt Und der erste Spieltag Oder anders sprach Geht doch einfach Geht doch einfach weiter Sarut Sandstorm Gegen Spirituska Und Pukuken Gegen Triumph Fictinis Das ist der erste Spieltag Also ich sehe da schon Ganz viel Potenzial Ob es irgendwie was bringt Wir reden mal drüber Wer gewinnt im ersten Kampf Schwierig Schwierig Wenn die Elola Tank Throws Das richtig aufbauen Glaube ich Sieht es für uns Eher mau aus Ja aber wie kannst du jetzt schon Achso ja ich seid ja selber Nicht überzeugt von eurem Team Dann verstehe ich schon Dass du für den Tag Was bist Ja was ich gesagt Der Zoom-Pax Wird halt Übel Für unser Team Okay Dann reden wir über Cantina Band Gegen Kikiliki Zungenbrichter für mich Ich sag Das schönere Logo Gewinnt Die Cantina Band Okay Giga Oder willst du jetzt sagen Kikiliki Es hat das bessere Logo Es ist halt creepy Und creepy kriegt mich Und die Cantina Band Hab ich nicht verstanden Also das Kikiliki Ist für mich das bessere Logo Von beiden Ja Nee Giga Shad Giga Lit Gegen Pittsburgh Steelix Was meinst Das Wird glaube ich knapp Das waren Beides gute Teams Wobei mir Pittsburgh Steelix Das Team so ein Ticken Besser gefallen hat Ich sag die gewinnen das knapp Ja ich bin für Sammy Also nichts gegen Ork und Adalop Aber Die können zwar besser werden Aber ich glaube Ich glaube Sammy kann mich nicht enttäuschen Bitte Sammy enttäusche mich nicht Dankeschön Sarude Sunstorm Was irgendwie ein Meme ist Gegen Spirituska Die Alkoholiker Was meinst du Wie gesagt In dem Team von Sarude Sunstorm Hat mir so Diese Kleinigkeit gefehlt Kaktusmax Sag ich einfach mal Ist dieses Jahr Ganz groß mit dabei Ich sag die gewinnen das Kaktusmax Der glühende Stern am Himmel Meinst du Ja 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 ich bin für Max Ja er guckt meine Videos Ich muss für ihn sein Ja Pure Koken gegen Triumph Victinis Was meinst du da Ich bin mir sehr sicher Dass Pure Koken Das abräumt Beide haben starke Teams Ne Aber Ja aber ich weiß nicht Nox Beziehungsweise Pana Wieder mit Mega Venusaur Dragapult mit drin Hä Ich glaub das wird Ein Sieg für Pure Koken Ja 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 Dann mach ich die Überleitung Des Tages Nächste Woche wird zu Gast Nox bei mir sein Deswegen Ich werd gucken Wenn sie gewonnen haben Hat er gute Laune Wenn sie verloren haben Kann ich mich über ihn lustig machen Von daher Nox wird mein TPL Gast Nächste Woche sein Ähm ja Ansonsten hab ich ja euch Irgendwie wieder Wie es jedes Season Vorher gefragt Was ihr so denkt Und ich bin der Meinung Das schlechteste Team Muss gekorren werden Der anderen Division Um sich Erstens Verursache ich damit Dass zum Beispiel Ein Pyro Beide Talks guckt Weil er vielleicht Irgendwann mal sehen möchte Wann sein Team Als schlechtestes Team Bewertet wird Und genau Die andere Division Muss zugucken Also klick geil Wie ich halt bin Ähm ja Wie reden die über uns Was ist da los Ähm ja Du hast dich für Dylan und Griffin entschieden Wie hätte das gedacht Mit dem Mudkip Ähm Warum ist es das für dich Das schlechteste Team Liegt es an den Spielern Liegt es an dem Team Obwohl du gar nicht viel Mitreden haben zu können Das war euer Team Ist auch scheiße Ja deswegen Ja deswegen sage ich auch Es liegt nur an den Spielern Wie gesagt Ja ich sag mal Wenn sie sich Schlecht und schlecht Zusammentun Dann Äh wie gesagt Das hat einfach Tradition Dass die beiden Nicht abliefern Da bleibt es auch bei Ich hoffe doch ne Also wir haben ja selber Noch nie gegen die beide Verloren Und ich kann ja selber Ja wir haben ja leider Noch nie gewonnen Das ist vielleicht auch noch Auch noch so ein Punkt Ich glaube ihren einzigen Äh Anstandssieg Oder so in der Liga Haben sie immer gegen uns geholt Deswegen kann ich die auch Sowieso schon nicht leiden Immer so weiß ich nicht Wir haben so Durchschnittlich teilweise gespielt Und wir haben trotzdem Immer verloren Das hat mich geärgert Deswegen Dann könnt ihr ja froh sein Dass ihr in einer anderen Division seid Weil mit dem Team glaube ich Hättet ihr auch nicht viele Chancen Die beiden zu besiegen Obwohl die auch Ja ihr Team ist Richtig Richtig Deswegen gut dass sie weg sind Das wäre wieder unsere Niederlage gewesen Reden wir jetzt über deinen Teampartner Weil das was er publiziert hat Kann ich nicht akzeptieren Was soll das Bernie Warum ist Forstmore of Fantasy Mit diesem tollen Logo Für dich das schlechteste Team Ich will deine Meinung hören Was er denken könnte Weil ich Hab ihn extra nicht eingeladen Das war mir zu viel Heute Also ich Kann dir ganz genau sagen Was der Grund ist Das liegt nicht an Skalani Das liegt an dir Fuck Na gut Aber die Das kann ich sogar verstehen Dass es an mir liegen könnte Warum sollte man was gegen Skalani haben Also ich bin zwar der sympathischere Von beiden Aber er ist der bessere Spieler Das ist so Weißt du Also du musst jetzt ja sagen Bitte Dankeschön Ja also er ist definitiv der bessere Spieler Ja Ja okay Also die ersten Punkte Die schlechtesten Teams Jeder Division ist Forstmore of Fantasy Und what to keep Durbin und Gribbin Ja ich habe das Gefühl Wir werden da auch viele Punkte sammeln Aber hey Ich weiß da mehr als du Von daher Lass dich mal überraschen Guck einfach jede Woche Die folgen Mein Freund Ja das sollte jeder tun Generell Genau 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 Gut Und immer liken und abonnieren Immer liken und abonnieren Kommentieren ist auch geil Könnt mich auch gerne beleidigen Dann banne ich euch Aber das ist kein Problem Dann habe ich wenigstens ein bisschen mehr Ich glaube nicht Dass du deine Viewer banst Oder Bist du wie Bist du Bist du Bist du Abonnent Natürlich Dann Dann liebe ich dich Von daher Gehe es dem Ende Entgegen Dankeschön Pyro Dass du bei mir warst Obwohl du keine Kompetenz hast Das habt ihr mit eurem Team gezeigt Trotzdem war es sehr witzig mit dir Es ist immer wieder eine Freude Dich an meiner Seite zu haben Weil ich weiß Dass du Konter gibst Und Humor hast Obwohl ich die Hälfte Nicht verstanden habe Was du gesagt hast Aber das ist meistens der Fall Meinerseits Es ist halt auch nicht meine Schuld Dass du dich So schlecht auskennst Selbst ins Ausschießen Du hast mich vorbereitet Ja warum soll ich mich Vorbereiten Das ist Pokémon Ja eine Sache fällt mir Jetzt gerade noch auf Du meinst Dass ich dich jetzt noch Runterziehen muss Ganz am Ende Mach nochmal Was habe ich vergessen Also wenn du jetzt mal so In dem Bildschirm durchzählst Wie viele Logos hast du da? Neine Reicht doch aus Welches habe ich vergessen? Zu Root Sandstorm Ja packe ich später noch rein Ist kein Problem Schade Ich dachte du lässt das Jetzt einfach als Front drin Und sagst Witzigerweise Witzigerweise habe ich Bei uns auch Die Renten Ne Die Wer war das? Warte kurz Ah ich bin doof Warte mal kurz Hier Siehst du das Bild noch? Ne du siehst es nämlich mehr Oder? Siehst du das Bild noch? Ich sehe die Color Vorstellung Ja gut Okay warte mal Ich habe nämlich Der anderen Grafik Habe ich Bierbopong Habe ich auch vergessen Ich habe irgendwie nur auf 9 Logos immer gedacht Nicht 10 Das habe ich dann auch noch reingeklatscht Passt auch an der Seite hier rein Das Das Zarude Ja dann Passt noch rein Das ist kein Problem Ja danke dass du mich darauf hinweist Weil das wäre mir vielleicht zu spät eingefallen Ey du bist ja doch ein Schatz Ja Krasser Mensch Ja also bitte Ich Wir gucke ja dann doch Dass es hier vernünftig Alles zugeht Ja Ich freue mich auch Ich hoffe ja auch dass du mich wieder einlädst Macht mir immer Spaß Ja dieses Season wird halt schwierig Weil ich Habe ja den TPL Talk Geheiradactile Division Und da muss ich ja jedes Team einmal Und bei Ähm Den Spieltagen Neun Ähm Zehn Teams ranzukriegen Deswegen muss ich ja einen holen von euch Und das habe ich ja mit euch jetzt getan Ihr halt Also so gut dass ich glaube ich dich ausgewählt habe Aber euer Team ist eh scheiße Äh Habe ich wegen den Rotz erstmal schon geklärt Und Lacht uns Mich ruhig nochmal zur Meisterrunde ein Achso du willst mitreden Über andere Teams Ja dann darüber können wir reden Darüber können wir reden Ja ist doch Wäre doch klasse Wenn zwei die nichts gerissen haben Wahrscheinlich jeweils so drittletzter Wenn überhaupt in ihrer Season Werden sich dann herablassen Über die anderen Teams zu reden Die performen Das habe ich doch letztes Season auch schon gemacht Ja deswegen Also eine bessere Kombi gibt es da gar nicht Ich glaube es könnte was werden Gewalt 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 Inkompetenz Also ich Ich habe dich auf jeden Fall im Hinterkopf eingespeichert Mein Freund Gut Dann geht es jetzt Ich sage jetzt tschüss Ich habe Nox vorgeschlagen Oder euch angesagt für nächste Woche Auf den ich mich freue Ich kenne ihn ja noch gar nicht Also kämpfe gegen ihn schon Aber halt noch nie mit ihm geredet Von daher ist es ganz nice für mich Ich sage tschüss Bis dann Die letzten Worte gehen an Pyro Sei freundlich Sei lieb Bye Es war mir eine große Freude Mashi Vielen Dank Schönen Tag euch Viel Erfolg Tschüss Tschüss